Brain Light Gesänge der Stille und die wunderbaren Worte von bedeutenden Zisterzienser-Persönlichkeiten führen uns zu einem göttlichen Klangerlebnis und himmlischer Meditation. Benannt haben sich die Zisterzienser nach dem ersten Kloster, das im Zisterzium in Frankreich im Jahre 1098 gegründet wurde. Diese Mönche bzw. Nonnen leben nach der Regel des heiligen Benedikt. Monster, Tess, Mater, Stum, Mater, Präzis, Quibro, Nobis, Matus, Tulli, Tess, Du. Texte voller Liebe über die Liebe und über das Himmlische, welches wir durch die göttliche Liebe erfahren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Amen. Amen.